Für Plus Size Model Ashley Graham läuft es rund, im wahrsten Sinne des Wortes. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Irwin erwartet die 31-Jährige ihr erstes Kind. Und wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert, zeigt Graham ganz ungeniert. Dabei lässt sie keine Rundung und keine Dehnungsstreifen aus. Komplett nackt präsentiert sie ihre Kurven und wird dafür von ihren Fans gefeiert. So schonungslos ehrlich hört man Covermodels der internationalen Modelszene wohl noch nie erlebt. Jeden Tag postet Ashley stolz neue Fotos und Videos ihrer Schwangerschaft. Mit Kurven wurde Ashley Graham berühmt. Sie war das erste Plus Size Model auf dem Cover der Bademodenausgabe der Sports Illustrated. Ihr Selbstbewusstsein veränderte das Körperbild einer ganzen Generation. Sie ist der Shootingstar einer Bewegung junger Frauen, die sich trauen, zu ihren eigenen Formen zu stehen. Vielleicht schafft Graham mit ihrem nackten Schwangerschaftsvideo, was ihr zuvor in der Modewelt gelang, andere schwangere Frauen darin zu bestärken, mit Stolz die Veränderung ihres Körpers zu begrüßen. Ausgänger Ausgゃ Ausgゃ Untertitelung des ZDF, 2020